Für mich bedeutet Lebensqualität das zu tun, das was ich gern tue. Und nicht mehr das zu tun, das was ich nicht gern tue. Und vor 23 Jahren hat mich mein Bruder darauf angesprochen, ob es mich interessiert, neben einem Beruf mir weitere Standbeine aufzubauen. Und irgendwie habe ich gesagt, nein. Und zwar, es war bei uns Damen auf dem Misthaufen, es war eine komische Atmosphäre, irgendwie habe ich keine Zeit gehabt und aus dem Grund habe ich gesagt, nein. Etwas später dann habe ich mir gedenkt, was ist, wenn das echt funktioniert, was der mir dort erzählt hat. Einfach eine Selbstständigkeit zu haben und ich hätte mich immer gerne selbstständig gemacht, aber ich habe irgendwie meinen Beruf als Finanz- und Versicherungsdienstleister irgendwie ein bisschen diese Hürde gehabt, wie viel könnte die verlieren, mit meinem Geld investieren und und und. Und dann habe ich mir das genau angeschaut. Ich habe ein paar Leute kennengelernt, irgendwie habe ich ein ganz gutes Gefühl gehabt dabei und dann habe ich Seminare besucht, ich habe mich begonnen weiterzubilden im Bereich Gesundheit und irgendwie habe ich dann immer das Gefühl gehabt, oh, das ist meins. Und ein Leitwort lautet, such so lange, bis ich etwas gefunden habe, du machst das, was du sehr gerne machst und dann machst du dir daraus einen Beruf. Frei sein, unabhängig zu sein. Da habe ich dabei so ein gutes Gefühl und das versuche ich einfach weiter zu vermitteln, dass das möglich ist. Nebenberuflich zu starten, sich kein Risiko einzugehen und dann aber trotzdem ganz eine tolle Lebensqualität sich aufzubauen. Und schau auf meine Website www.erzähne.biz. Alles und Claudia steht zu dem Thema und schau es dir einfach einmal genau an. Vielleicht ist was dabei und dann setzen wir uns einmal zusammen.